hallo und herzlich willkommen auch du herzlich willkommen ja ihr seht eine andere welt baut sie nur auf ja ich habe folgendes problem meine kraft hat meinen server crashen lassen und ja mein support der arbeit daran natürlich die hätten auch soweit wieder zum laufen gebracht aber das spiel selbst noch nicht der server läuft der allgemeine server läuft so und teamspeak können wir auch schon wieder benutzen allerdings meine kraft das ist noch nicht würde würde laufen wir könnten das theoretisch starten aber wir wollen erstmal ursachenforschung machen weil meine kraft hat um die 500 fehler geworfen bis der server dann letztendlich daran krepiert ist deswegen spielen wir eine runde meine kraft auf meinen rechner also nicht auf dem server und ich habe schon ein bisschen umgeguckt haben hier schon so ein bisschen was zusammengekräftet wie man sieht ich werde hier mir kein domizil aufbauen also ich werde hier nur die gegenwand das ist eben halt erst mal nur so einen ersatz so ein halt richtig survival für zusehen dass ich hier irgendwie mal so ein bisschen ruhig muss noch ein bisschen einfach noch mal ein bisschen werkzeug dass wir hier da war nur eine spitzhack da brauche ich noch mal eine so weil wir brauchen eisen wir brauchen eisen besorgen gehen das brauche ich jetzt nicht so so ich musste leider auch ein paar schafe töten scheren konnte ich sie noch nicht um die möglichst schnell im bett zu haben und ich habe einige kühle getötet um leder zu bekommen weil ich wollte mir eine lederrüstung erst mal machen das muss ich dann leider tun tut mir echt leid für die kühle jetzt hier ich bin mir leid aber tut mir leid aber da gibt es die punkte kommen hier die auch und dann haben wir jetzt ein bisschen mehr leder die werfen kaum leder ab das ist echt scheiße und ich so ein bisschen kohle das können wir mal mitnehmen wird schon wieder dunkel schlechter zeitpunkt schlechten zeitpunkt gespeichert muss ich halt sagen das habe ich ja wieder ganz toll hinbekommen ja so ach ja der ton von letztem video war ja auch echt eine katastrophe ich weiß nicht was da passiert ist ich habe jetzt jetzt wind app als abspielprogramm runtergeladen ich habe dann noch mal die Soundeinstellung von windows so geändert ich hoffe dass das jetzt funktioniert ich habe mal vorhin eine probeaufnahme gemacht da war alles gut aber das kann auch immer sehr täuschen ich muss jetzt einen schlafplatz bauen so auf die schnelle ich denke hier ist ein guter platz um sich in den schlafplätzchen einzurichten mal so eben schnell für die nacht so kommen wir hier mal schnell kleine hütte hier für die nacht so die tür in der tasche nicht aber sandblöcke kommen wir hier so kann man anfangen ich mag es nicht dunkel so und dann machen wir ein bisschen was vor die tür so die tür ist zu soll man das hier auch noch weg machen kleine schlafplätzchen schlucken wie das schlafplätzchen kann nicht schaden so so werde ich mich jetzt erstmal die nächste stunde überhaupt so über die runden retten ich wollte überlegen um etwas anderes zu spielen heute wäre ja auch naheliegend gewesen aber ich weiß nicht nichts ich habe so richtige lust was neues anzufangen habe ich gerade nicht ich habe noch einiges einige sachen vor auf dem plan aber jetzt so gerade nö ich habe jetzt überhaupt keine lust tut mir leid so ich wollte hier ein bisschen meine kraft spielen die musik ist noch ein bisschen sehr laut ich hoffe aber gut das kann ich nachher runter regeln wichtig ist dass sie ohne störung ist ich hoffe die ist ohne störung ich kann da jetzt kein versprechen abgeben wenn es dann wieder eine komische tonstörung ist dann werde ich in Zukunft die musik nachträglich reinbauen oder eben halt ohne musik arbeiten keine ahnung wie ich das machen soll die eier nehmen wir mit einfach mal ob wir es können so jetzt wollte ich mich mal ein bisschen umgucken hier wir haben hier grandiose berge hier in der umgebung ja seht ihr schon schon geil aus irgendwie und jede menge kohle aber kohle ist nicht so dass mein hauptproblem das Problem ist dass ich kein eisen habe da müssen wir mal ein bisschen gucken und was finden wir müssen eigentlich schon ein bisschen Rüstung kräften zu wenig sechs Leder ist zu wenig ein paar Schuhe machen vielleicht noch eine Hose ne denkt man verursacht das nicht ah hier ist nix hier ist ja gar nix kein Höhleneingang kein Alzen nö nix ok langweilig da müssen wir mal gucken ich wollte eigentlich einen Film gucken aber habe ich gedacht nö das ist mal die Zeit jetzt gerade die ich habe ein Video zu machen so ist jetzt gerade Donnerstag haben englisch schleckern hinter mir die Menschen hier alle ins Bett gejagt jetzt gesagt da kann ich mal schnell ein Video machen da ich ja morgen frei habe um halt ähm Behördengänge zu erledigen ah scheiße ich habe keine Schaufel ne macht doch nix macht nix wir haben ja Zeit haben wir Zeit so schwupp schwupp brauchen wir alles mit der Hand weg so bin ab die Tasche damit so noch mal ein bisschen Kohle da oben ist noch Kohle holen wir uns die ach was was soll das wir müssen jetzt über die Oma da darf auch mal faul sein hess whoo stepp 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 ich brauche Leder gebt mir die Leder gebt dir ein Stück Leder abschneiden gebt mir du musst doch nicht weg gib mir deine Leder haben gebt mir dein Leder Gib mir dein Leder. Ich will Leder. Leder. Gib höher Leder. Nein, der hat mir nur Fleisch gegeben. Und... Nee. Zack, 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 zack. Leder, 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 Leder. Ich muss dich abledern. Ich muss dich abledern. Ich muss dich auch abledern. Oh, oh, oh. Da ist Leder. Siehst du wohl. Geht doch. Oh, nicht gleich so. Können wir da schon was machen mit? Mal gucken, was wir da uns zusammen basteln können. Und nehmen wir die auch noch mit die Letzte hier. Komm, was soll's. Was bist du hier so alleine? Oh, Quatsch. Blödsinn. Totaler Blödsinn. Oh, den Baum nehme ich auch noch mit. Ein bisschen Holz mitnehmen. Kann ich schauen. Was machen wir jetzt hier mit der Faust hier? Holen wir uns das Holz hier runter. Geht doch. Was soll denn der Quatsch? Nehmen wir alles mit. Den ganzen Mist. So. Oh, ich hoffe, ich habe meinen Cage-Flair gemacht. Von dem Soundprogramm. Haha, wer doof, ich das vergessen habe. Hab. Das kann ich jetzt nicht löschen, weil ich nicht weiß, welche Tatei ich dann löschen will. Oh. Da müssen wir es dann nicht gehen. So. Gehen wir mal wieder runter. So. Gucken wir mal, ob wir nicht eine kleine Höhle finden mit ein bisschen Eisen und so drin. Bin mir nicht sicher, ich habe das Gefühl, du laufst ein bisschen im Kreis. Ich gehe mal hier hoch. So. Hop, 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 hop. Hier oben. Schön. Achso. Gut gemacht. Ich kann mir die Tasche stecken. Hier haben wir noch einen schönen See. Da ist noch ein bisschen Kohle. Direkt so. Oh, das kann man auch mal mitnehmen, ne? Also das ist ja, das ist ja, das ist das Schöne, wenn man kein Zuhause hat, man kann einfach losrennen und man nimmt das mit, was man braucht. Na, dann sackt sich das einfach ein. Also hier kann man mittlerweile bei der normalen Meinerkraft auch Säcke bauen. Das müssen wir mal ausprobieren gleich. Ich habe ja Leder da. Das geht. Wo geht es jetzt weiter? Ich weiß es nicht so genau, wo es hier weitergeht. Ich gehe mal hier hoch. Hoch. Hier hoch. Hop. Nein, ist alles so hoch. Die Stapel sind immer zwei hoch. Das ist doof. So. Oh, das ist noch mal Kohle. Kohle. Ja, weiß ich nicht. Ich habe Kohle, ne? Wenn es so auf dem Weg liegt, kann man ja mitnehmen einfach mal, ne? Wir haben schon die ersten 64er Stapel voll hier. Alter Schwede. Das hört sich auch mit Kohle. Die Landschaft ist hier voll mit Kohle verseucht. Also ihr müsst mich eher so als Kupitzkommando verstehen, wisst ihr? Ich habe das noch mal Kohle. Das müssen wir ja mitnehmen. Das kann man auch nicht so in die Landschaft lassen. Das müssen wir einfach mitgenommen werden. So. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, immer im Kreis zu laufen. Hier ist auch mal Kohle. Hey, Kohle. Wo kommt das hier? Kohle, Kohle, Kohle. Boah, ich habe eine Tasche voller Kohle. Das gibt es ja gar nicht. Shit. Oh, Mann. Das muss ja alles mit. Das muss ja nicht. Ich habe keine Vorratsaufnahmen. Ich muss wirklich streamen. Ja, streamen. Und... Äh, nicht streamen. Äh, ja doch, ist das streamen, ne? Das Aufzeichnis ist auch streamen, oder? Das ist nur das live. Das live-zeigen-stream. Könnt ihr gerne in den Kommentaren unterschreiben. Ich habe mich ein bisschen schulen. Äh, da haben wir ein bisschen Schafe. Ich brauche jetzt nicht keine Schafe mehr. Ich habe ein Bett. Aber das ist auch erstmal das kommentales Wichtigste. Ich habe ein Bett zum Schlafen. Ich habe noch ein bisschen Holz mit. Ich denke, Holz können wir gut gebrauchen. So. Was ist das für ein Holz? Eichen? Holz, oder was ist denn das hier? Dann... Lass mal mitnehmen. Lass mal mitnehmen und dann fragen. Was ist das denn das? Huch. Hüpp. Ich weiß auch nicht, ob ich heute hier eine Stunde vollkriege. Ich mache das jetzt erstmal... Oh, das ist eine Höhle vielleicht. Die Pülze? So, die Pülze würden wir haben. Ne. Ne. So. Ich werde jetzt mal gucken, ob man Rucksack kräften kann. Wie macht man das denn? Rucksack? Hose? Ne, Rucksack ist es nicht. Oder muss man eine Kiste haben? Keine Ahnung. Oder sowas? Ne. Muss man die Kiste zwischenpacken? Muss man gucken. Oh, Holz. So, dann machen wir hier sowas mal. Schaff dir nur rum. Nein. Das nehmen wir aber so. Dann tun wir die Kiste in die Mitte. Und dann ledert drum herum. War das so? Ne. Ach, ich muss das Leder glaube ich umwandeln erstmal in was anderes. Da war doch was. So geht es nicht. Ach so. Irgendwie war das doch. Ne. So auch nicht. Das kann man irgendwie nicht umwandeln. Mhm. Da muss man es erst. Ofen behandeln. Gute Frage. Das würde ich dann machen, wenn ich dann mal eine Rast mache. Ich werde es mal googeln. Man sieht, vielleicht geht das ja auch gar nicht. Da kann man sich gar keinen Rucksack machen. Bei einer normalen Kraft. Das wäre oh ein Riesenbaum. Riesenbaum. Das wäre lästig. So ein Riesenbaum ist ja sehr lästig. Hier geht es runter. Ich muss mir mal auf jeden Fall so eine Treppe wieder hoch machen. Jetzt weiß ich mir nicht mehr, wie ich hier rauskommen will. Auf jeden Fall ist hier ein Ausgang. Erstmal. So. Können wir mal runtergehen. Und hier haben wir noch eine Kohle. Mal ausleuchten. Hallo. Da haben wir ja schon einen Bewohner hier. Der wohnt hier. Aber aus können wir keine Rücksicht nehmen. Ja, jetzt erwehrt sich mit Recht. Ich kann Ihnen jetzt keinen Vorwurf machen deswegen. Dass er sich jetzt gewehrt hat. Und da wohnt noch einer. Da können wir uns gleich drum. Dann habe ich die Kohle. Dann habe ich das bemerkt. Also ich muss das essen. Das heile ich nicht. Ich weiß, dass immer die Nahrungsbalken voll ist. Sonst kapriert sich der Energiebalken nicht. So. Füllte sich nicht wieder auf. Wäre doof. Na gut, dann baue ich das nicht. Was mache ich denn jetzt? Ich mache da ungerne jetzt das Leder verschwenden für Rüstung, wenn ich mir da aus dem Rüstung bauen könnte. Das werde ich mal an einem anderen Zeitpunkt. Hallo. Ich muss mal kurz auf Waffe umschalten. Hier bin ich. Uhu. Kommt der? Hallo. Hallo. Wohl, geht doch. Haben wir Bogen? Kriegen wir die Pfeile, aber kein Bogen. Schade. Ich mache die Pfeile immer rechts, wie gewohnt. Und auch den Creeper. Wir sind immer mit. Was glaubst du denn? Was ist denn Creeper? Hallo Creeper! Ich muss dich töten. Bumm. Ja, schade. Oh, es ist noch ein Creeper. Es sind zu viele Creeper. Es ist noch ein bisschen weg. Tut mir leid, ich muss noch kurz hier weg. Ich muss was essen, nämlich. Und ich brauche ein Schwert. So, dann bauen wir mal schnell ein Schwert. Mal schnell ein Schwert bauen. So. Vielleicht kann ich nur ein Steinschwerter bauen im Moment. So. Der ist ja schon fast kaputt, ne? So, dann nehmen wir das hier mal wieder ab hier. Dann bauen wir einen Pilz ab. Im Prinzip egal, ob wir Tag oder Ernest haben. Ist der Creeper? Wo ist denn der? Oh, da ist noch ein kleines Viech. Buh. Buh. So ein Mistviech hier. Buh. Ike, 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 ike. Du bist so klein und hässlich. Klein und hässlich. Stirb, 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 stirb. Stirb, 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 stirb. Oh, Pfaffel, kaputt. So. Wo ist der Creeper hin? Ich habe keine Fackeln mehr. Das ist ja noch lästiger. Weiß ich abkann, ist, wer ich nicht sehen kann. Der ist Creeper. Komm her. Oh, ich verschlage dir mit ein Stück Fleisch. Okay. So geht es natürlich auch. So. Aber kein Eisen, ne? Jede Menge ist Gefiecher, finde ich hier, aber kein Eisen. Oh, jetzt kommt das hier hoch. Mhm. Aber kein Eisen, ne? Wir haben hier kein Eisen entdeckt. Kann das sein? Liegt das richtig, dass hier kein Eisen ist? Das ist ein enges Eisen. Ach, da geht es noch weiter. Ah, okay. Wir haben in der Richtung mehr Glück. Was Eisen angeht. Ne. Kein Eisen. Hier ist wieder raus. Und das ist Nacht. Okay. Dann schnappen wir uns die Kohle. Dann schnappen wir uns die Kohle. Okay. Es ist nicht so einfach, die Runde hier. Oh je. Oh je. Ich will nur meinen Tunnel wieder arbeiten. Tunnel. Der unendliche Tunnel. Das wird noch eine grausame, lange Zeit. So gehen. Ich weiß nicht, ob ich da vorhin noch mal eine Folge aufnehme, ob ich nicht zwischendurch was anderes aufnehme, um eben halt euch diese Tunnel-Folgen nicht antun zu müssen. Da muss ich mal gucken, ob ich das schaffe. Das ist jetzt auch immer so eine Zeit-Faktum, weißt du, ne? Das ist echt ein Problem. Der Zeit. Ich glaube die Zeit einfach nicht. mehrere Sachen zu spielen. So. Oh, also viel Kohle hier. Aber Licht sieht ja gar nichts. Und hier sieht vor allen Dingen nichts. So. Windamp. Oh, wie lange habe ich das Windamp schon nicht mehr benutzt? Das ist schon über zehn Jahre nicht mehr. Was nehme ich denn mal als Player? VLC drauf dann noch. Natürlich den Mindest-Media-Player. Klar. Dann habe ich gesagt, mhm. Und dann so während des Spazierengehens, so zum Englischkurs, auf dem Weg dahin. Ich meine, Windamp. Windamp war doch gar nicht mal so schlecht damals. Und ich habe es heute mal installiert und es ist gewohnt wie damals. Gewohnt schlecht gut. Ali fand ich das immer ganz geil, Windamp. Also. Das hat sich. Ich sollte vielleicht mich irgendwo einfach mal so durchbuddeln hier einfach mal so. Wenn man so in Gang wurde und vielleicht stoße ich auf. Nein. Werkzeug kaputt. Mann, 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 Mann. Wir sind hier mit dem Werkzeug los hier. So. Warte mal, vielleicht geht das ja so. Was ist das so? Man packt das in der Räder und dann so Riemen. Baut man sich hier so Riemen? Nö, geht nicht. Sein können. Sein können. Aber nee, kann nichts bauen hier draus, ne? Ah, man kann sich eine Rüstung draus bauen hier. So, hier guck, hier eine Rüstung. Falsch, so, ne? Da muss man auch so ein Rüstung bauen, oder? Leder Rüstung. Plus drei Rüstung. Aber ich hätte doch lieber aus Eisen was gebaut. Die Dinger, Leder können wir was Besseres gebrauchen. Für was Besseres finden. Zweifelsfall für Bücher. Brauchen wir eine Spitzhacke immer neue. So brauche ich die Gies. Machen wir gleich zwei. Metternstein. Geht nicht anders. So. Viele Serralien. Aber ich werde viele Sachen zurücklassen müssen. So. Was wir machen können, währenddessen wir hier so rumstehen, können wir hier in den Ofen hinstellen und das rohe Fleisch grillen. Können wir mal eine Schaufel machen. Komm, soll er jetzt? Können wir doch mal machen, ne? Huch, was soll das denn werden? Ne, ich wollte es nicht wieder machen. Ich dachte, wir wollten eine Schaufel machen. So. So, wenn man gerade hier so Erde hat, das ist ja leichteres Funkommen erstmal. So, und dann können wir Steine kloppen. Wir hoffen, gehen wir ein bisschen tiefer, dass wir hier vielleicht irgendwie auf Eisen stoßen. Auf Kohle stoßen, aber natürlich. Natürlich, wir haben so wenig Kohle. Natürlich, Kohle. Natürlich, Kohle muss man. Kohle ist toll. Ach man, noch mehr Kohle. Das ist da nicht zu glauben. Es ist nur Kohle in diesem Biom. Unendlich viel Kohle. Es muss ein gigantischer Urwald gewesen sein, hier mal. Vor zig Millionen Jahren. So. Tja, hm. Da kann ich ja auch nichts tun, ne? So. Ja. Ist jetzt eigentlich Trump seine... Es beginnt, glaube ich, seine Amtszeit, ne? Der Trump... Oh. Bin immer sehr gespannt, wie sich das so entwickelt, ob er weiter so Arschloch bleibt. Von meiner Sicht ist das ein Arschloch. Tut mir leid. Muss ich mal so sagen, einfach. Das ist echt nicht mein Typ. Seine Art gefällt mir nicht. Achso, ich wollte ja Eisen suchen gehen. Okay, dann gehen wir wieder runter und ploppen weiter. So, gehen wir in diese Richtung. Da finden wir ja... Da finden wir ja Eisen. Da ist ja nicht schlecht. Machen wir Licht und machen den Dunkel rein rein. So. Oh, noch eine Höhle. Ah. Machen wir doch. So. Dann können wir auch von dem bisschen runter. Licht hier. Und auch dann hier. Jetzt runter. Dann stoßen wir hier nochmal auf Eisen. Natürlich nicht. Das ist nur so eine Höhle. Da geht es auch noch hoch. Das ist hier aber kein Eisen. Kohle. Dann sind wir hier ja fecken, wenn ich Kohle sehe. Noch mehr Kohle. Wir forschen aber weiter die Höhle erstmal. Das geht schon tief. Hier geht es hoch. Mal denken. Boah. Das ist ein Labyrinth. Wollen wir hier wieder rausfinden, ne? Oh, Eisen. Endlich. Oh, endlich Eisen. Na, endlich. Hier auch. Wir müssen ausleuchten. Das ist... ...kartische Höhlen hier. Und Eisen. Da siehst du, hat sich das doch gelohnt. Ich hoffe, wir finden hier wieder raus. Aber wir können schon mal Eisen abbauen. Jetzt müssen wir dann auch zurückgehen gleich wieder. Damit ich... ...ähm... ...erst mal das Eisen einschmerzen kann. Und zweitens, man Essen... ...vorräte... ...sicherstelle. Der muss da noch ganzes Kehre hier... ...mit der Nullgezucker. So, ziehen wir mal alles mit. Okay. Da ist auch noch Eisen, ziehen wir auch mit. Auch noch Eisen. Sehr gut. Das läuft doch. Alles gut. Dann müssen wir uns ein vernünftiges Schwert bauen. Und vielleicht noch eine Rüstung. Keine Ahnung. Mal gucken. Auf jeden Fall ein besseres Werkzeug. Das ist... ...un Vorteil. So. So, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Und holen wir das Essen ab. Oh, die können wir ja auch noch von der Decke nehmen, ne? Eindrücken. So, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Oh, ich bin fast tot. Uiuiuiuiui. Lass das Essen. So. Ich hol mir mal ein bisschen zurück. Ich muss ja hier... ...ein Essen holen. Ich werde ja auch möglichst zurücklassen. ...eine Sonnepohle. Das Essen holen wir das richtiger. Genau. Da sind die beiden Fackeln. Das heißt, hier geht's raus. Hier hoch. Hopp, 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 hopp. Das ist ja... Also das Muttergramm sich ja schon gelohnt. Und hier ist das leckere Essen. Sehst du wohl? Da können wir wieder reichlich essen. Das ist gut. Und dann tue ich hier mal die Kiste hier hin, um Graffel abzuladen. Wie das hier, das hier, das hier, das hier. Nein, ich brauche hier überhaupt spontan nicht. Leder brauche ich jetzt nicht. Ich brauche nicht. Das muss man so direkt jetzt nicht braucht. Aber erstmal hier abwerfen. Das sind hier vielleicht noch so ein bisschen prächtig interessante Sachen hier. Das ist ja nur noch ein Süppchen zu machen. Ja, das hier wurden auch noch gebraucht. Das ist doch ziemliches Graffel. Ja, das ist so. Das ist so meine Essensversorgung. Das sollte ich möglichst bei mir behalten. So, und dann machen wir, ähm, Weigness, Schmelzen Eisen. So, wir machen uns aber hier, ah, das geht gar nicht? Doch, das geht. So, wir machen uns mal ein paar Blöcke klar hier. So. Hopp. Hopp. Ich halte noch einen Platz ein. Und die Kohle hier so ein bisschen verdichten. So, und das können wir so eine Fackel nehmen. Aber für unseren Ofen. Aber wir haben noch hier nochmal 64. Achso. Ja, dann machen wir das hier auch noch. Hier, guck mal, ich noch. Oh Gott, wie cool. Ja, verfahren. Effizienz auf die. Darauf kommt es an. Effektiv zu sein. So. Damit. So. Oh, ich sehe es laut. Wie ist das jetzt gerade? Ich bin nur weg. Ich weiß gar nicht. Ich mache hier alles leiser, damit ich die leise Tasse drücke. Mache ich nicht. Ich habe hier noch ein bisschen weiter ab. So. Ich gucke mal ein bisschen weiter ab. So. Dann machen wir hier. Dann machen wir hier. Dann machen wir hier noch einen rein. Schade. damit er noch verkehren legen aber weil es könnte also die falle brauche ich jetzt auch nicht so trinkt. Ich habe keinen Bogen. Ich komme später. Ich hoffe, ich werde die auch zurückfinden. Ich schaue, was ist denn noch? Mann, hat er den Hunger. Das Fleisch hält nicht lange vor. Was ist das für Fleisch? Haben wir vielleicht? Das scheint nicht lange vorzuhalten. Immer noch voll. Alter Schwester. Nicht schlecht. So. Und das da vorsichtig. Man kann schon mal ein Schwert machen, ne? Obwohl, wir haben noch ein Steinschwert. Wir gehen schon mal runter und holen noch mal so ein Eisen. Genau. Das ist ja nicht so schlimm, wenn wir hier sterben. Das ist ja nicht so mein primäres Spiel. War das hier runter, oder war das? Ah, nee, hier ist vielleicht auch sehr was. Nicht. Und hier lang weiter. Kohle und Eisen ist also das primär Wichtige. Vielleicht verspäden wir noch Diamanten da noch. Das ist ja alles weggekommen, ne? Das ist ja alles weggekommen, ne? Keine Schaden. Kanische und sowas. So ein Block, den setzen wir da hin. Um nicht versehentlichen, die Tiefe zu schützen. Das war ein Hübler, den beijewähnt. Den blockiere ich erstmal. Kann ich den Level blockieren? Dass er rumgehüpft, gehüpft kommt. Machen wir so ein bisschen Licht da, um da die Ruhe zu stürmen. Dann haben wir hier noch Eisen und Kohle. Dann machen wir das mit. Spissage geht dann zum Geist auf. So, dann ist es weiter, hoffentlich. Jetzt haben wir zwei gemacht, ne? Da ist schon noch eine da, auf der richtigen Meinung. So. Boah, Kohle. Am Ende. Zack. Aber. Warte, schmutzig. Oh, da war es Eisen. Damit. Schon viel Eisen. Können wir gebrauchen. Ja, Mensch, hat sich das ja richtig gelohnt, in die Tiefe zu gehen. So. Okay. Das ist auch eine Kohle. Das machen wir hier so. Ja, noch. Kohle. Nicht da. Ist alles mit? Oh, was? Eine haben wir noch. Okay. So. Gut. Haben wir auch. Ah. So, dann haben wir es. Sehr, da geht es noch weiter. Da hinten geht es noch weiter. In zwei Richtungen geht es weiter. In drei Richtungen geht es weiter. Ach, du Kacke. Mal hier erstmal ausleuchten, einigermaßen. Da hast du wieder einen Creeper. Hallo? Okay. Ja, nicht viel Schaden gemacht. Das Licht. Das ist Lava oder Tageslicht? Hallo? Kommst du hier rauf? Nee, kommst du nicht. Hehe, kommst du hier nicht rauf? Du Arsch. Gut. So, dann lassen wir mal das stehen. Interessiert es jetzt gerade nicht. Mich interessiert das hier. Oh, hier auch nochmal so ein bisschen Vorfeld ausbrechen. Ah, genau. Hier müssen wir mal ein bisschen wegklickern. Ah, und wir haben noch fast einen langen können. Wie gesagt. Achso, hier wollen wir auch schon. Wir haben hier so einen Kreis herum. Okay. Das kann doch jetzt bis zur Verwirrung führen, hätte ich gesagt. Wo war es meine... Wo war es mein Eisen jetzt? Ich weiß nicht, ob das Eisen war. Das ist alles schon hergewonnen. Ich habe mich schon verwirrt. Das ist kein Eisen. Ich bin zugegangen. Wo war es das Eisen, wenn wir sehen? Eisen, Eisen, Eisen. Hier nicht. Ich bin hier hoch. Ach ja, genau. Ich bin auf dem Bodenweiß. Genau. So, jetzt hören wir. Und jetzt gehen wir wieder in der Treppe hin hier. So, jetzt werden wir wieder hochkommen. Hier wieder weiter hoch. So, jetzt geht es hier wieder runter. Da waren wir schon. Dann machen wir uns hier mit zwei Ketten. Hier ist Licht. Da geht es raus, sozusagen. Wegweiser. Ah ja, wir haben ja richtige Geburtstag. Hier ist eine Schlucht. Hier ist eine artverkackte Schlucht. Alter Schwede. Darum ist Eisen. Okay. Achso, da brauchen wir nicht. Da ist kein Eisen gewesen. Ich bin nicht der Meinung. So. Brauchen wir noch Eisen. Hier noch Eisen. Hier geht es auch noch souverän nach unten. Nicht so. Oh nein, eine Hexe. Schon nicht so schön. Eisen, die ist Kohle. Kommt ihr zu mir? Schiss, eine Hexe. Hexe sind gefährlich. Ah, die hat sie geschützt. Kommt jetzt. Na ja, schon was mit ihrem Fläschchen durch die Gegend. Jo, kommt die Hilfe. Hopp. 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 Den Hexen bin ich noch nicht gewappnet. Wichtig ist mir das Eisen auch nicht. Also der? Nö, hoffentlich nicht. So. Jetzt gehen wir hier wieder. Hopp, hopp, hopp. Jetzt hier wieder hoch. Hopp, hopp, hopp. Und hier hoch. Hopp, 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 hopp. Wieder hergekommen? Weiß ich nicht. Achso, ich habe hier diese Steine noch. Hier kann ich es da sehen, aber ich weiß nicht, ob sie mich dann eingreifen kann. Oh. Zack, dann haben wir noch mehr Eisen hier. Schmiedekunst erzielt. Ja, schön. Okay, da wandern wir mal weiter. Interessante Hülle mit Schluchten zu entdeckt. Die Pfeile können wir da vielleicht noch mitnehmen. So. Wir waren ja noch eine Suppenschale zu machen. So, ne? Ja. Vier Stück. So. Filzsuppe, wir machen wie? So. 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 Ja. Filzsuppe. Hey, zack. Machen wir noch mal zwei Filzsuppen. Ist auch schön. Herrlich. Also nicht fett. So. Ja, dann warten wir noch ein bisschen ab. Ist das jetzt Nacht oder Tag? Mal Luschamt gehen. Reiche Sackgasse. Jetzt nicht hier weiter. Können wir vielleicht mal ein bisschen duschen an, damit es hier weitergeht. Irgendwas Interessantes. Ne, da ist nichts. Aber wir gucken, was wohl kommt. Ne? Auch nichts. Ja. Ja, so ist ein Glück. Eigentlich fertig. Ist eigentlich Nacht. Wollen wir schlafen? Ja, Tatsache. Neuer Tag. Aber wir machen nicht fertig. Oh Mann. So. Ich finde, das ist ja auch ein guter Abschnitt, wenn wir das hier fertig haben. Wenden wir dann auch die Aufnahme, die zwei Stück noch. Und dann verabschieden wir uns hier an diese Stelle. Ich möchte uns den Weg hier. Was wir irgendwann mal wieder drauf stoßen sollten, was ich für unwahrscheinlich halte. Die Küste lasse ich hier. Mitnehmen tue ich das hier. Und das hier müsste ich jetzt fähig sein. Achso. Hopp, aus. Und tschüss. Dann bringen wir wieder auf Wanderschaft. Wir sind halt lustige Wanderer. Und halten uns nicht hier mit. So lang. So. Hopp, da. Da geht's hoch. Kripa, alles schürzt auf mich zu. Ist ja herrlich. Mhm. Wo bin ich denn gekommen? In welche Richtung? Da will ich ja nicht wieder hingehen. Ich will nicht ganz im Kreis gehen. Hm. Ich glaube, in die Richtung. Oh, sind auch Pülze. Oh, Wufis. Ich bin so ein kleines Freund. Begleiter. Da siehst du wohl. Ein Wufi haben wir. Ich muss ja nicht später was essen gehen. So. Jetzt haben wir einen kleinen Begleiter. Ja. Ich könnte ja nicht in den Namen gehen. Ich weiß, das kann ich glaube ich irgendwie Namen geben für ein Tier. Weiß ich glaube nicht. Nur das kann. Keine Ahnung. So. Ja, ich würde sagen, ja, in dieser schönen Aussicht auf diesem Tannenwald verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ist das keine Stunde geworden? Wie gesagt, ich habe nur noch die ganze Zeit. Und muss man sehen, dass ich noch eine zweite Aufnahme mit etwas anderen hinbekomme. Aber, ja, also an dieser Stelle bin ich jetzt mal weg. Euer Jockel. Bis demnächst. Ich hoffe, der Ton ist diesmal besser. Es tat mir echt leid. Aber ich musste ja leider das, dieses, äh, ermäßige Qualität hochladen. Ich wollte das nicht nochmal neu machen. Gibt die Zeit dazu nicht. So. Drücken wir die Daumen, dass hier der Sound gut ist und dass die Aufnahme funktioniert. Alles klar. Habt euch wohl. Bis dann. Euer Starler. Tschüss.